Hallo meine lieben Freunde des geflickten Kabelsalats und herzlich willkommen zum 15. Teil meiner Tutorialserie Wie geht eigentlich ESPHome? Nachdem wir uns jetzt schon diverse Möglichkeiten angesehen haben, wie wir Sensoren oder Aktoren in ESPHome definieren können und uns auch schon angesehen haben, wie man an bestimmte Ereignisse eigene Events anknüpfen kann, möchte ich mir heute mit euch noch einmal näher ansehen, wie wir auch in der Lage sind, an zum Beispiel den ersten Startvorgang, also das Booten oder das Herunterfahren, also den Shutdown, beziehungsweise bei jedem Durchgang des inneren Loops Ereignisse hinzufügen zu können. Wie das Ganze jetzt funktioniert und was es dabei zu beachten gibt, das schauen wir uns in diesem Video Schritt für Schritt an. Brauchst du für dein Projekt noch eine Platine? Bei PCBWay bekommst du zehn zweilagige Platinen für nur fünf Dollar, als Neukunde sogar kostenlos. Neben Epoxidharz PCBs bietet PCBWay auch flexible oder Aluminium PCBs an. Wer nicht selber löten möchte, kann PCBWay auch gleich das Bestücken der Platine überlassen. Doch damit nicht genug. PCBWay bietet nämlich auch verschiedenste Arten von CNC-Arbeiten an, egal ob Fräsen, Drehen oder Laserzuschnitte. Aber auch die Auswahl bei 3D-Druck lässt keine Wünsche offen. Durch verschiedene Druckarten wie FDM, DLP und SLA wird neben den üblichen Kunststoffen durch Selective Laser Melting, kurz SLM, sogar der Metall-3D-Druck mit vier verschiedenen Metallen angeboten. Alle Informationen dazu findet ihr unter PCBWay.com und hier geht es jetzt weiter mit dem Video. Im Büro angekommen, würde ich sagen, legen wir auch direkt los und wechseln als erstes mal in ESP Home. Fürs heutige Video legen wir noch mal ein neues Gerät an, also klicke ich hier unten auf Plus und wir sagen jetzt einfach mal Boot Automation. Die WLAN-Zugangsdaten gebe ich wie immer nur temporäre Daten an, wähle hier das entsprechende Board, also wie immer den D1 Mini und sage Next. Die Konfiguration ist fertig und wir wechseln direkt in unser Programm. Die Standard-Kommentare entfernen wir, den WLAN-Login nehmen wir auch direkt raus und ersetzen diesen wieder mit unseren Secret-Weren. Damit wir jetzt aber ein Objekt haben, welches wir aus unseren Automatisierungen heraus überhaupt schalten können, damit wir nachher im Home Assistant auch was zu sehen haben, was passiert, würde ich sagen, legen wir jetzt noch einen temporären Switch an. Also gebe ich hier jetzt einmal ein, Switch, Doppelpunkt, Plattform, GPIO. Als Name nennen wir das Gerät einfach mal Boot Switch und wir sagen, das Ganze hängt am Pin D1. Das ist natürlich jetzt alles völlig willkürlich. Mir geht es einfach nur darum, dass ich einen Schalter habe, den ich in den Automatisierungen gleich einfach mal schalten kann. Das speichern wir und wechseln jetzt als erstes mal auf die ESPHome-Homepage. Hier gehen wir jetzt oben in die Quick Search und suchen einfach mal nach Core. Denn es geht uns jetzt um ESPHome-Core-Aktionen und diese finden wir hier im Eintrag ESPHome-Core-Configuration. Diesen Abschnitt der Dokumentation haben wir uns ja im ersten Teil dieser Tutorial-Serie bereits angesehen. Wo es mir jetzt darum geht, den Abschnitt finden wir etwas weiter unten und zwar hier die Automations. Und wie wir hier sehen, haben wir hier OnBoot, OnShutdown und OnLoop. Die OnBoot-Methode, wie der Name schon vermuten lässt, wird immer einmal ausgelöst, wenn die Node startet. Die Methode OnShutdown ist eher untypisch, aber diese wird ausgelöst, wenn zum Beispiel ein Over-The-Air-Update erfolgt oder zum Beispiel auch durch einen Sleep-Modus. Und dann haben wir abschließend noch die OnLoop-Methode und diese wird bei jedem Loop-Durchgang einer Iteration ausgeführt. Wenn wir jetzt hier einfach mal so ein Arduino-Sketch daneben legen, also ein leeres Arduino-Programm, dann sehen wir hier, haben wir beim Arduino ja üblicherweise einmal die Setup-Methode und die Loop-Methode. Und das blende ich jetzt gerade hier nur einmal eben ein, um zu zeigen, die Setup-Methode, diese entspricht eigentlich dem OnBoot-Ereignis unserer Automatisierung. Und die OnLoop-Methode, damit ist einfach hier dieser Loop gemeint. Da würde ja normalerweise unser Code unseres Arduino-Sketches stehen. Und das wird ja dann immer und immer wieder von vorne ausgeführt, bis wir den Stecker ziehen. Und genau das ist hier eben auch mit OnLoop gemeint. Alles, was wir hier also auslösen, wird bei jedem Durchlauf dieser Methode ausgeführt. Wenn wir uns jetzt die einzelnen Punkte mal im Detail ansehen, fangen wir mal mit OnBoot an. Dann sehen wir jetzt hier, haben wir zum Beispiel bei OnBoot einen üblichen Einstiegspunkt mit On-Boot-Doppelpunkt und darunter würden wir jetzt diesen Eintrag definieren. Mit Priority geben wir an, wann diese Aktion ausgelöst werden soll. Umso größer diese Zahl, umso eher da findet die Ausführung unseres Codes darunter statt. Hier unten sehen wir so ein paar Richtwerte. Bei 800 ist der Punkt, wo die Hardware-Initialisierung erfolgt ist. Bei 600 sollten die Sensoren alle initialisiert sein. Bei 250, da haben wir auch Wifi zur Verfügung. Bei 200 sollten Netzwerkverbindungen wie MQTT, die native API etc. alles schon ausgeführt sein. Und bei einer Priorität von minus 100, da sollte eigentlich alles hochgefahren sein. Nachdem wir mit Priority nun die Reihenfolge oder die Stelle, an der wir unseren Code ausführen möchten, festgelegt haben, müssen wir jetzt nur noch mit dem Parameter then angeben, was wir denn überhaupt ausführen möchten. Bei then handelt es sich wieder um eine Liste. Das heißt, hier können wir beliebig viele Aktionen nacheinander ausführen. Als nächstes kommt die Automatisierung on Shutdown. Hier steht es auch nochmal, diese wird ausgelöst, wenn der ESP runterfährt. Heißt zum Beispiel, wenn es zu viele Wifi oder MQTT-Verbindungen gibt, bei Over-the-Air-Updates oder eben durch die Deep-Sleep-Komponente. Hier gibt es auch nochmal einen kurzen Hinweis und zwar, dass wir an dieser Stelle nicht mehr uns hundertprozentig darauf verlassen können, dass noch alles zur Verfügung steht. Beispielsweise ein MQTT-Client könnte an dieser Stelle schon disconnected sein. Der Aufbau ist auch hier identisch. Hier haben wir allerdings keine Priority-Angabe mehr, sondern hier sagen wir einfach nur on Shutdown und unter then sagen wir dann, welche Aktionen noch ausgeführt werden sollen. Als dritte Automatisierung bleibt dann noch die On-Loop und diese wird, wie schon erwähnt, bei jedem Durchlauf einmal gezündet. Auch diese kommt ohne Priority daher und liefert uns über then ebenfalls die Möglichkeit, beliebige Aktionen bei dem Durchlauf auszuführen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit On-Boot an. Wir kopieren uns mal hier dieses Code-Beispiel. Wechseln nach ESPHOME. Hier oben als erstes haben wir unseren ESPHOME-Eintrag. Da muss unsere On-Boot-Automation drunter, also fügen wir das Ganze hier ein. Die ESPHOME-Zeile und der Kommentar können weg. Dieser Kommentar hier ebenfalls. Und jetzt sagen wir einfach mal On-Boot möchten wir unseren Schalter einschalten. Jetzt braucht unser Switch natürlich noch eine ID. Sagen wir einfach mal temp-switch. Die ID kopieren wir, fügen sie hier oben ein und somit würde beim Hochfahren unseres Gerätes unser Switch eingeschaltet. Das speichern wir mal und installieren das Ganze jetzt mal auf unseren D1 Mini. Ich sage hier Plug into this Computer, wähle hier den COM-Port aus, sage Verbinden und warte auf Abschluss der Installation. Die Konfiguration wurde installiert, also schließen wir den Dialog und jetzt müssen wir unser Projekt wieder ins Home Assistant aufnehmen. Da wir keine Benachrichtigung haben, benötigen wir die IP. Schauen wir also eben in die Logs und hier sehen wir 192.168.5.160. Das kopieren wir uns und wechseln nach Einstellungen, Integrationen, fügen eine neue Integration hinzu, suchen hier nach ESPHOME. Beim Host fügen wir die IP-Adresse ein, sagen Absenden. Er bestätigt uns das Gerät Boot Automation. Also klicken wir auf Fertig und die Integration ist abgeschlossen. Binden wir das Gerät also nun in der Oberfläche ein. Dafür wechseln wir in der Übersicht auf den Reiter Test, sagen hier Benutzeroberfläche bearbeiten, fügen eine neue Karte hinzu, nehmen wie immer die Elementekarte, die Standardeinträge fliegen raus und wir suchen hier unseren Boot-Switch. Den fügen wir hinzu und sagen speichern. Und hier sehen wir jetzt auch schon, dass im Boot-Vorgang der Switch bereits aktiviert wurde. Wir können ihn jetzt natürlich ganz normal ausschalten oder wieder einschalten. Da ändert sich natürlich nichts dran, aber im Unterschied zu einem normalen Switch ist dieser hier beim Hochfahren jetzt von unserer Automatisierung on Boot bereits eingeschaltet worden. Das ist natürlich nur ein ganz simples Beispiel. Letzten Endes steht es uns völlig frei, was wir im Boot-Vorgang alles schon an Initialisierungsprozessen ausführen möchten. Gehen wir nochmal nach ESPHome in unser Projekt Boot Automation. Und hier fügen wir jetzt eine weitere Automatisierung hinzu und zwar OnLoop. Die OnLoop benötigte nur den Parameter Then und hier würde ich sagen, nehmen wir jetzt einfach mal Switch.Toggle und natürlich wieder auf unserem Temp-Switch. Das macht natürlich recht wenig Sinn, denn wenn man jetzt hier nochmal in die Dokumentation schaut, dann sehen wir hier, im Durchschnitt wird dieser Loop alle 16 Millisekunden aufgerufen. Also sinnvoller wäre hier wahrscheinlich, wenn man hier irgendwelche Messwerte oder ähnliches angibt. Wir können hier spaßeshalber ja zum Beispiel mal mit Logger.log Hello World noch das Hello World auf der Konsole mit ausgeben und ich klicke einfach mal auf Install. Die Installation ist abgeschlossen und ihr seht jetzt hier im Log Output auch schon, wie der Schalter wild hin und her geschaltet wird. Und wenn wir jetzt mal das Ganze hier pausieren, dann seht ihr auch immer dazwischen ein Hello World und einen Toggle. Wenn wir jetzt mal in die Übersicht gehen, dann sehen wir auch hier, wie der Schalter ganz wild blinkt und gar nicht mehr hinterher kommt. Aber ihr seht, das On-Loop funktioniert einwandfrei, auch wenn es in dieser Zusammenstellung natürlich wenig Sinn macht. Gehen wir also noch einmal in unser Programm. Das On-Loop werfe ich jetzt hier an der Stelle schon mal wieder raus. Sage jetzt hier noch einmal Install, einfach nur um euch noch eine Kleinigkeit zu zeigen. Und während die Installation läuft, teilen wir hier schon mal den Bildschirm. So, das Programm ist wieder aktualisiert und zwar wieder mit der Variante, die beim Booten unseren Schalter einschaltet. Da konnten wir es auch schon sehen, der Schalter wurde aktiviert. Anschließend hat sich auch hier auf der linken Seite der Logger wieder eingeklinkt, sodass wir jetzt auch hier alle Schaltvorgänge im Log sehen können. Im Normalfall verhält es sich jetzt so, wenn ich jetzt noch einmal auf Installieren klicke, dass dann unser Schalter hier einfach anbleibt. Denn er bekommt ja keinen Impuls, dass er ausgeschaltet werden soll. Also wird sich hier an dieser Konfiguration auch nichts ändern, bis das System wieder neu startet. Beim Neustarten wird er sowieso wieder aktiviert, von daher bleibt der Schalter jetzt dauerhaft eingeschaltet. Jetzt in diesem Zustand ist der Schalter ja gar nicht aus, sondern er ist einfach nicht verfügbar und deshalb hat sich jetzt hier die Darstellung geändert. Und nachdem er verbunden ist, ist der Schalter direkt wieder aktiv. Mit diesem Wissen im Hinterkopf fügen wir jetzt noch die letzte Automatisierung ein und zwar On Shutdown. Im On Shutdown sorgen wir jetzt dafür, dass unser Schalter, bevor das System heruntergefahren wird, um zum Beispiel unser OTA-Update durchzuführen, dass dann auf jeden Fall unser Schalter vorher abgeschaltet wird und das installieren wir jetzt einmal. So, unser Schalter ist, wie wir das erwartet haben, eingeschaltet, direkt wieder verbunden worden. Ich klicke jetzt einfach hier nochmal auf Installieren und dann müssten wir sehen, dass dieser Schalter erst abgeschaltet wird und anschließend erst in den Zustand nicht verfügbar, also unavailable, wechselt. Zuerst wird das Programm natürlich noch einmal hier auf der linken Seite neu aufgebaut. In der Zeit läuft unser Controller natürlich noch ganz normal weiter und jetzt konnten wir sehen, dass der Schalter zuerst abgeschaltet hat und anschließend erst in den Unavailable-Status übergegangen ist. Jetzt ist er auch schon wieder verfügbar, ist auch direkt wieder eingeschaltet. Ja, und insofern kennt ihr nun die drei Automatisierungsmöglichkeiten, um eben bei Boot, im Loop oder bei Shutdown beliebige Aktionen in eurem ESP-Home-Projekt ausführen zu können. Ja, soviel erstmal zu Events bei Boot, Loop und Shutdown in ESP-Home. Ich hoffe, ihr konntet mir soweit folgen und ich habe nichts vergessen. Wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir wie immer gerne unten in den Kommentaren oder kommt gerne auch bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr auch nochmal oben in der Infobox. Bei uns auf dem Discord werden täglich viele interessante Themen rund um Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und natürlich auch ESP-Home diskutiert. Wenn euch also diese Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei. Würde mich freuen, den ein oder anderen von euch dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen, den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns gleich morgen im nächsten Video wiedersehen würden. Da schauen wir uns einmal an, wie man wiederverwendbaren Code in Skripts verpacken kann und diese dann anschließend ausführt. Bis dahin verabschiede ich mich hiermit und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao!